Auf die Plätze, fertig, los. Begriff 1. Außenverteidiger. Stimmt das? Richtig. 1-0. Ja, meins leuchtet, ne? Es war eigentlich Vicky, die zuerst. Warte, wieso war sie? Ich mein, es hat geleuchtet. Ja, du warst vorher schon dran. Das war vorher schon. Ladies first. Ein Kurkerl ist Beinschuss, wie man es in Deutschland schön sagt, glaube ich. Dein Schuss, ja? Ja, richtig. Der Außengegner ist ein schlechter Gegner, oder? Ein leichter Gegner passt. Ja, ein leichter Gegner. Ohhhh! Ah, also das ist ein Ballkind. Balljunger, genau. Hefall? Was ist ein Hefall? Ja, eben. Tasse. Ein Hefall ist eine Tasse. Ja, 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 nicht ganz. Wie, nicht ganz? Ja. Na sicher ist ein Hefall. Hefall ist eine Tasse. Ist aber kein Fußballausdruck. So, ich probier's mal. Also, ich weiß nicht, ob das ein Lupfer ist. Hefall. Ich weiß es nicht. Ein Hefall ist eine Tasse. Ganz Afo. So. Habe ich noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Ein Fußballtrick. Angetäuschte Übersteiger. Fußballtrick. Dankeschön. Ja, jetzt hast du noch mal Glück gehabt, he? Na. Ist das ein Überziehleibchen? Nein. Warte. Dann war's ein Leihball, oder? Ja, Leihball. Also, das habe ich jetzt so interpretiert. Ein Fußball. Yes. Warte mal, das ist falsch geantwortet. Nein, nein, ehrlich. Das ist falsch geantwortet. Dann bin ich dran, oder? Gut, 3-3. 3-3. Ich bin dran. Und hier. Wir sind dran. Ich bin dran. Ja. Hier ist ein Fußballer. Schon gläuer? Der hat ja schon gläuer. Nicht ganz. Der hat einfach gut mit dem Ball umgeht. Das ist einer, der mit dem Ballkuchen geht. Wie seht ihr das? Sieg Alaba!